Im Kinderwerk, es geht heute um die Themen, was ist Natur, was ist von Menschen gemacht, gibt es ein Lundeck. Miriam Bicklitz, meine wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und ich, möchten Ihnen Beispiele aus den bisherigen Kinderkampfaufstagen vorstellen, die kontrolliert worden sind, bevor es diesen Raum gab und bei denen wir den offenen Raum des Schlossgeländes genutzt haben und das, was Lernwerkstatt-orientierte Arbeit sein kann, mit multiprofessionellen Teams auf allen Ebenen versucht haben, umzusetzen. Wir haben uns dazu aufgeteilt, dass wir erst eine halbe Stunde die vierte Einführung machen, dann gehen wir in den Eingriff und das Rest des Programms stelle ich Ihnen gleich vor, denn wir möchten gerne in die E-Mails gehen. Das ist etwas später. Ja, anfangen Sie mal. Kinder sehen Bäume. Und der eine sagt, ich sehe Bäume. Bäume sind natürlich. Ein anderes Kind sagt, ja, aber das ist eine Allee und eine Allee ist nicht natürlich. Wer hat recht? Ein anderes Kind fotografiert, auch mit einer Fotokamera ausgestattet, mit derselben Frage unterwegs, was ist denn hier Natur oder Vermensung, macht ein Kunstwerk auf dem Schlossgelände und sagt, als ich vorbeikomme, boah, ich habe jetzt auch euch zwei da hinten drauf, euch Menschen, die wollten ja das Kunstwerk fotografieren. Das hat mich gelockt, mich zu beteiligen. Ich habe dann gefragt, ja, das ist doch spannend. Sind denn die zwei, die jetzt fotografiert hast, Natur oder von Menschen gemacht? Daraufhin lieber wie angewurzelt stehen, das können Kinder ja, wo man sieht, wie es arbeitet und die Erdvermittlung ist ganz stark und fing an etwas zu überlegen, laut zu überlegen. Ja, sagt er, hm, also ich weiß auch nicht mehr, ja, also vielleicht, und dann kam das. Die wachsen ja nicht aus der Erde, also sind die von Menschen. Die Frage ist natürlich eine nach der Hände und dem Ei, ja. Darin liegt ein großes Stück der Produktivität dieser Frage. Ich schreite weiter. Ein Kind hat einen Schieß geknetet, sagt es jedenfalls, als es eine Knetkugel vor sich liegen hat. Und das Nachbarfühle sagt dann, nein, das ist ein Ball. Ein Kreis ist so, nimmt die Faust und donnert es drauf, um es platt zu drücken. Wer hat recht, ist es jetzt ein Kreis? Die Kugel ist kein Kreis, da würden Sie wahrscheinlich sofort zustimmen. Das eine Körper, das andere Fläche. Ist es jetzt ein Kreis? Kinder auf der Suche nach dem, was es zu entdecken gibt anhand einem Impuls, anhand eines Impulses und was es zu entdecken gibt anhand dessen, was denn nun die Wirklichkeit ist und die im Gespräch dazu sind. Und das letzte Beispiel, ein Kind nimmt Kreide bei der Aufgabe oder dem Angebot an der Tafel, solche Flächenformen wie einen Kreis auszumalen und sagt, ey, ich meine Punkt, das ist auch ein Kreis. Ja oder nein? Spannende Frage. Und jedenfalls hat sie im Team mit der Auswertung dazu geführt, Fachkolleginnen aus der Mathematik, die da fliegt, zu fragen und warum, das wird, denke ich, im Laufe des Tages noch deutlich werden. Mit diesen Beispielen möchte ich einleiten zu dem, was heute theoretisch untermauert werden soll, und wir wollen Ihnen ein paar Gedanken dazu, was wir darum wissen, wie Kinder sich die Welt aneignen, um Ihnen dann die Möglichkeit zu geben, auf Erkundung zu gehen und dann gemeinsam auszuwerten. Wir haben diese Struktur vorgesehen, eine halbe Stunde, dann geht es in zwei Themenangebote, da können Sie wählen, jedenfalls im Rahmen einer ungefähr gleichen Aufteilung der Gruppe. Die werden dann von uns beiden jeweils betreut werden. Die Pause haben wir gleich angliedert und wir möchten dann Ihre eigenen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, hier nochmal verbinden mit den Beispielen, die wir ausgewählt haben, um deutlich zu machen, was man im Hinblick auf ein Angebot, bei dem Kinder Impulse bekommen, die Ihnen ermöglichen, Ihren Weltanreitungsprozessen nachzugehen, beobachten konnten und was uns dabei relevant erschien für die Arbeit in der Praxis. Das hat sehr viel zu tun mit Beobachtung, wie die Asnostik mit Verstehen, welche Konstruktionen die Kinder angeboten haben und auch der Frage, was sie denn gelernt haben. Und das setze ich mal bewusst in Anführungszeichen, weil diese Frage trifft uns ganz oft von Studierenden, die an den Kinderkontakt haben gearbeitet haben, wie stelle ich denn jetzt fest, was die Kinder gelernt haben, wenn ich sie, ich sage es mal salopp, einfach machen will. Sie bekommen nachher auch noch Material mit, sodass Sie nachlesen können, was wir dazu schon geschrieben haben und möglicherweise einen Impuls finden, in Ihren eigenen Einrichtungen etwas analog zu machen. Gut. Die Kinder Campus Target, das ist ein Begriff, den wir immer so geprägt haben. Es sind folgende Veranstaltungen, es sind immer Seminare von Studierenden, die jetzt auch hier sitzen, ungefähr zur Hälfte, die in der Regel aus dem Lehramt oder aus einem erziehungswissenschaftlichen Studium kommen, also irgendwann mal nicht in der Schule arbeiten, aber vielleicht im Hort oder im Kindergarten oder in einem anderen Zusammenhang und die dann im Sinn dessen, was wir auch im Feld haben, nämlich dass aufgrund der Übergangsprojekte viele Erzieherinnen und Fachkräfte aus dem Elementalbereich mit Grundschule der Klassen zusammenarbeiten, hier schon in der ersten Phase in die Kooperation kommen und aufeinandertreffen mit den Fragestellungen, die man so aus der eigenen Einrichtung, ja aus der eigenen Studiemotivation, mitbringt und die meistens ja sehr zu tun haben mit so einer Verankerung in der eigenen Institution. Ich denke, die großen Fragefelder, was ist Spielen, was ist Lernen und so weiter, die seit Jahren diskutiert sind, das glaube ich jetzt hier nicht alle aufmachen, die kennen das, wobei vielleicht der Spiegel der Teilnahme heute aus dem Fortbildungsbereich auch ganz spannend ist, sind nämlich alles Elementarfachkräfte, zwei Arbeiten in der Schule, im Hort, also nicht im Unterrichtsbereich, so dass wir die Multikprofessionalität entgegen sind, nur einlösen können, auch dadurch, dass Lernen studieren darf, aber keine Grundschulkolleginnen aus der Praxis. Dann geht es natürlich darum, dass man entsprechendes Wissen anwendet und das ist der Fokus bei den zwei Beispielen, die wir ausgewählt haben, dass die Studierenden auf den Weg geschickt werden, was ihrer und unser alltäglich Brot auch in der Hochschuldidaktik ist. Wie kann ich ein Angebot oder eine Aufgabe so gestalten und zuschneiden, dass die, die damit umgehen sollen, einen Raum haben, mit ihrem Können, ihrem Wissen, ihren Voraussetzungen, ihren Interessen, auf die Welt zuzugehen, auf die Dinge zuzugehen, einen Erfolg haben können, bei dem, was es da zu entdecken und zu erfunden gäbe, in die Kommunikation gehen können, über unterschiedliche Voraussetzungen, Kenntnisse, Möglichkeiten, Neues zu erkunden, um sich, das wäre das gemeinsame Ziel natürlich, die Welt ein Stück mehr zu erobern. Und das bewegt sich, wenn ich mal die Bandbreite aufmache, zwischen ganz offenem Angebot, was man in der Regel ja eher aus dem Kindergarten kennt, das Freispiel, das ist ein ganz offenes Angebot, da gibt es einfach viel Ende, bis hin zur Frage, wo ist meine ganz geschlossene Aufgabe sinnvoll, ja, die kann zum Beispiel auch darin bestehen, ich sehe was, was du nicht liest, das fängt mit A an, ja, das ist schon viel geschlossener. Das bewegt mich aus folgendem Grund, ich sage mal, wir, weil wir uns beiden wissen, Frau Finklitz und Ehe, kommen aus dem Lehramt, wir sind beide, bevor wir an die Universität gegangen sind, im Lehramt der Grundschule tätig gewesen, und haben selber natürlich diesen Weg jetzt wieder mitgemacht, die Kommunikation mit der Elementarpädagogik zu eröffnen, und uns ist wichtig, dass wir die Dinge, die wir über die Welteleignungsprozesse von Kindern wissen, und zwar vor jeder institutionellen Bildung, zur Kenntnis nehmen, und Konsequenzen daraus ziehe, für das, was und wie wir es ihnen anliegen. Das ist mein Bestreben bei diesen Themen, weil die Kinder Dynamiken haben, die wir pädagogisch und didaktisch aufgreifen, begleiten und weiter konstruieren, begleiten und weiter mit Aufgabenkonstruktionen unterfüttern können, ohne dass wir zu sehr einen Institutionenauftrag einfach vorspielen. Dazu komplett, Sie haben die Kopie von ein paar Folien, um das, wenn Sie wollen, mitzuvollziehen, es ist zum Teil auch in den Literaturen geschrieben, die sind nachher gekommen. Diese Frage ist nicht so prächtig, wie ich mir das vorstelle, es liegt an den neuesten Welt, das ist nicht gemacht, aber wenn ich von Hinz und Welt spreche, dann ist immer gemeint, dass das Kind in der Weltbegegnung ist im Sinn von drei Dimensionen, nämlich im Hinblick auf gegenständliche Dinge, im Hinblick auf die soziale Umwelt und im Hinblick auf die eigene Person. Das heißt, es sind auch Selbstreflexionen, das, was Kinder über sich denken und erfahren müssen, ja, immer als Grundverständnis. Und wir wissen über die Weltaneignung ganz viel und ich möchte noch eins vorweg schalten, um die Dimension aufzumachen, warum diese, wenn man so will, ja sehr aus dem pädagogischen Alltag stammende Frage, welches Angebot, welche Aufgabe, wie gestalte ich die, eingebettet ist. Nämlich in wirklich ganz großem demokratischen Bildungsauftrag. Ich habe hier mal den Lebenslauf, ja, die Familie sozusagen ist immer im Hintergrund, wie auch immer sie existiert oder in welchen Formen oder Verläufen. Und das Kind hat eine institutionelle Bildungsbiografie und letztlich landen wir im Erwachsenenalter mit unserer Verordnung im Beruf, in gesellschaftlichen und privaten Aufgaben. Und im Bereich von Kita, noch nicht verpflichtend, aber natürlich curricular basiert und untermauert und in Schule verpflichtet, geht es letztlich darum, dass Menschen befähigt werden, in einer Demokratie zu leben, das ist unser Kontext, und für sich selbst verantwortlich zu sein. Und wenn Sie mal das, was unser aller Grundrechte sind, in Adjektive übersetzen, das habe ich versucht, da unten, dann geht es darum, dass Kinder nicht nur ein Recht haben, auf Gerechtigkeit und so weiter, sondern dass sie fähig werden zur Freien, dass sie fähig werden zur Verantwortung, dass sie fähig werden zur Entfaltung, fähig werden zur Achtung. Und das kann nur geschehen, indem die Kinder das erleben, indem sie Verantwortung erleben, indem sie Gestaltungsstuhlraum erleben, indem sie Erfolge erleben, mit der Gerechtigkeit auch im Bildungssystem. Das ist der große Hornton, den ich da sehe und aufmache, wenn es so in die komplette Aufgabe geht, weil eine Aufgabe oder ein Angebot, ich rede mal in dieser Doppelung, vermittelt nicht nur eine Möglichkeit, etwas zu lernen, sondern es ist immer auch eine Botschaft, was ich und wie ich lerne, was die Erwachsenen in mir sieht, was sie mir ermöglicht, wie sie mich sieht. Deshalb sind Aufgabenkonstruktionen so wichtig, weil diese Bildungsbiokratie im Kindergarten in der Angebote natürlich, noch nicht verbindlich und noch nicht selektiv und in der Schule dann natürlich hochverbindlich und immer noch hochselektiv Konsequenzen haben für den Lebenslauf. Das wäre dann der große Zusammenhang, auch wenn es um die Frage geht, wie mache ich das jetzt mit dem Einmal-Eins? Ja, okay. Ja, das ist die Frage. Was lernt jemand durch die Art und Weise, wie er pädagogisch oder didaktisch etwas angewiesen wird? Dann lernt es immer was. Sie kennen vielleicht das Eckenrechnen, das ist hier im Norden der Vertreter. Kennen Sie das noch aus der eigenen Schule? Also wer richtig liegt und am besten schnell liegt, der kommt weiter. Was ist denn die Botschaft? Wer schnell richtig rechnet kann, im Angesicht aller, der hat Erfolg. Und alle anderen? Sie sollen allerdings auch rechnen lernen. So lernen Sie erstmal verlieren. Ja, das ist gemeint. Okay, gut. Worum es uns hier geht, ist, dass das Kind natürlich gemütlich gut ist, nichts Neues mehr, aber ich möchte es trotzdem noch mal vergegenwärtigen, und dass jeder in seiner Fachlichkeit die Erzieherin, damit sie noch andere Professionen im LMK-Bereich gemeint, aus ihrer Institutionenverantwortung heraus, denkt und agiert, haben schon die Aufträge, dass die Lehrkräfte das tun, die haben zum Teil einen anderen Auftrag, großer Teil der Aufträge ist Ecken, das ist gleich hierzu, dass es auch die tun, die im Betreuungsbereich tätig sind, immer dasselbe Kind, um das es geht, und dass es letztlich um das Kind in seiner Bildungsbiografie geht. Das ist der Grund, warum ich sozusagen zurückschalte auf diese Fragen, was wissen wir darüber, wie Kinder auf die Welt zugehen, wie sie lernen und sich entwickeln, um es dann zu nutzen, unter dem Vorzeichen des jeweiligen Auftrags, aber über den Auftrag nicht zu vergessen, was die Kinder, also diesseits dieses Auftrags eigentlich tun, und was ihr Vermitteln ist. Das wäre so das Konstrukt. Deshalb auch dieser Zuschnitt unserer Nachmittage hier, mit der Einladung an verschiedene Professionen und auf geschiedene Qualifikationsstufen studieren wir und Fachkräfte und solche in der Weiterbildung in verfügenden Institutionen arbeiten. Gut, ich komme mal zur Weltanleitung. Ich mache das anhand dieser Punkte, die ich Ihnen jetzt hier einfach einblende und erläutere. Sie haben da auch weitere Folien drauf, auf denen noch weitere Aspekte vermerkt sind. Das können Sie dann sozusagen im Nachschlag lesen. Ich werde nur einige davon aufrufen, weil sie erläutere. Also, das Kind lernt immer einerseits selbst, das heißt, niemand anderes kann für es lernen und sich bütteln. Und es tut es immer auf dem Hintergrund seiner eigenen Voraussetzungen. Das trifft nicht nur für Kinder, nur bei Physikreisen. Voraussetzungen sind Wissen, sind Können, sind Erfolgserfahrungen, sind Misserfolgserfahrungen, sind Wissensstrukturen, sind auch Motivationen. Alles, was wir über die Welt denken, sind das Bäume oder ist das eine Allee, hat natürlich zu tun, weil es sind Kinder damit, was sie schon erkennen können. Wir wissen, warum es irgendwas Natürliches, aber eine Allee ist eine bestimmte Anordnung. Das sind unterschiedliche Wissensvoraussetzungen, die diese Kinder hatten, ja, von den Beispielen, und die sie anwenden. Wenn das Kind sagt, ein Punkt ist auch ein Kreis, nun ist es die Sonderform eines winzigen Kreises, in dem es die Kategorie Kreis erkennt. Ob es mathematisch im Kreis ist? Nein, aber warum, da komme ich drüber. Die Kurkundesfunktion ist zweite, die Verständigung, wie andere im Fach sagen, der Schäfer sagt, eher Verständigung, heißt, dass wir nie alleine uns bilden können, sondern dass es immer darum geht, die Wirklichkeit zu deuten und sich darauf zu verständigen. Ist es nur ein Baum, ist es eine Allee? Ja, es ist ein Baum, klar. Die Anordnung ist die Allee. Das heißt, man muss jetzt ins Gespräch gehen, wer was meint. Ist ein plattgedrückter Knetball ein Kreis? Also schon mal eher, weil er eher Richtung Fläche tendiert, ja, aber mathematisch nicht, weil es jetzt immer noch ein Körper hat, hat er immer noch eine Ausdehnung. Das sind Verständigungen nach dem Hintergrund dessen, was jemand weiß. Man muss ja jetzt zum Kindergarten hin oder ein Erstklaskind nicht in jedem Fall besser sagen, er ist aber doch kein Kreis. Das ist ja eine ganz andere Frage, wie man dann interveniert oder sich anhört. Aber wichtig ist, dass man auf der Suche danach ist, wie heißt denn das für uns. Und zu dieser Verständigung gehört eben auch, nicht nur, dass Gesetzmäßigkeiten unserer Welt ins Gespräch kommen, sondern auch Konventionen kennengelernt werden. Wir sagen eben Kreis. Wir sagen nicht Null-Eck. Ginge auch. Ist vom Kind aus sicher auch richtig gedacht, ja, ein Null-Eck ist was, was keine Ecken hat. Unsere Sprachkonvention sagt dazu Kreis. Da ist so ein Stück Selbstkündigung, es weiß etwas, es erkennt die Kriterien, kann auch ein Wort finden, das ist eine Eigenkonstruktion, die findet sich nicht in der mathematischen Fachsprache. Und dann ist die trotzdem richtig. Von der Erkenntnis, von der Konvention ist klar, ist hilfreich, wenn das Kind auch weiß, na okay, bei uns nennt man es eher Kreis, wenn ich also vermitteln will, was ich meine, ist ganz gut, ich lerne es. Ja, das blende ich immer ein, weil wir da nicht drumherum kommen. Ich definiere das mal nicht wissenschaftlich, dass wir am Vorbild lernen, Sie können Kinder noch so erzielen, wie Sie wollen, und die machen Ihnen doch alles nach. Das ist aber schon zu, ja, die Theorie ganz zu. Kennen Sie die Praxis, wahrscheinlich erst recht, ja. Das heißt eben auch, wie Sie damit umgehen, was Sie wissen, wo Sie sich auf die Suche machen, wie Sie mit sogenannten Fehlern von Kindern umgehen, auch das ist etwas, an dem die Kinder lernen, wie Welt ist und wie Ihnen begegnet wird, wenn Sie zum Beispiel etwas falsch machen. Bei dem Punkt haben wir uns zum Beispiel selber erst mal auf die Suche gemacht. Es musste uns auch erst mal auffallen, ob das überhaupt eine Frage ist, auf dem Punkt die Kreisung. Gut. Dann, was kennen, die aus dem Elementarbereich, weiß, noch besser, als die aus der Schule, lernen Kinder nach eigenem Interesse. In der Regel machen Kinder nichts ohne ein Interesse. Das kann auch manchmal sein, meine Ruhe haben zu wollen, ja, ich hätte Idiot, der endlich berühmt ist, aber das ist auch ein Interesse. Und die Frage ist ja, welche intrinsischen Interessen wir eher bedienen und die Frage bei der Angebots- und Aufgabeninstitution ist, wie kann man ein Angebot so zuschneiden, dass es einen neuen Impfung setzt, dass es auch einen gemeinsamen Bezugsrahmen setzt und dass jedes Kind möglichst einen Interessenanteil zumindest darin findet. Das ist die Kunst in der Schule natürlich noch viel mehr, weil da bestimmte Themen nicht rumkommen und die beurteilt werden, wie man damit umgeht. Im Kindergarten ist es etwas in Schärfterhörer, nämlich die Qualifikationskonvention im Sinne von Beurteilung. Aber trotzdem ist Ihnen das ja auch ein Anliegen. Die Kinder sollen ja auch sich mit ihnen befasst werden können, was sie machen wollen. Punkt, weil sonst kann man das auch noch ganz viel sagen. Auf der Basis des eigenen Vorverständnisses, das gehört zur Selbstbildung, ist aber nochmal einiges ausgeblendet, weil das eigene Vorverständnis dazu führt, dass wir subjektive Theorien haben, mit denen wir auf die Welt zugehen. Und die meisten sterben mit noch ganz vielen falschen Subjektiven. Aber das Bestreben des Bildungsprozesses ist natürlich, dass man möglichst realitätsnah die Dinge kennt. Also die Frage, die ich Studierende immer stellen, ist, wenn Sie nun Karotten kaufen auf dem Markt mit Kraut dran und wollen, dass das möglichst lange frisch bleibt, also dass die Karotten möglichst lange frisch bleiben, wie heben Sie die dann auf? Mit oder mit? Weißt, sind die Vorschläge gemischt? Und dann ist jetzt nicht so interessant, wenn ich in der Bio-Arbeit will das vielleicht ja interessant, was ist richtig oder nicht, sondern wenn es um den Punkt geht, ist es interessant, ja wie kommen Sie denn drauf? Warum machen Sie denn das Kraut an? Oder warum lassen Sie das denn drauf? Das ist das Entscheidende, um mit Kindern auch diagnostisch sinnvoll zu arbeiten. Ich muss wissen, warum sie zu dieser Lösung kommen, was sie denken, was die voraussetzen. Und ich denke, Sie kennen die Antwort an Karotte ist eben eine Wurzel. Und deshalb mache ich das Kraut besser ab, weil sonst ist Kraut natürlich der Wurzel, die Nährstoffe entzieht, dann schrumpelt die Karotte. Und es gibt aber viele andere Begründungen, die fachlich falsch sind, aber wieso wir diesen Voraussetzungen widerspiegeln? Ja, ich lasse das Kraut dran, weil die Karotte dann sozusagen länger frisch wird, weil das Kraut dann Wasser hat. Das ist einfach pflanzlich falsch gedacht. Und das hat auch mit solchen Verständigungsprozessen zu tun, Prokonstruktionsprozessen. Nur wenn ich weiß, warum ich diese oder jede Lösung als die richtige ansehe, kann ich in einem Gespräch darüber irgendwo Irrtümer vorliegen. Diese Farben, die man hier wirklich noch schwächlich sieht, haben etwas zu bedeuten. Dieser Punkt deutet an, dass die Frage, wie wir Kinder anschauen, immer zu tun haben mit unserer Perspektive. Wenn Kinder experimentieren, wenn sie Fehler machen, wenn sie nicht versuchen, Irrtum arbeiten, wenn sie systematische Versuche aufbauen, gibt es alles, auch schon außerhalb, natürlich, von Schule, dann gehen wir heute davon aus, sie sind Handlungskompetenzen. Jedes Experimentieren, jedes Terribel ist eine Handlungskompetenz, ist vielleicht eine, die noch nicht der realen Möglichkeiten am nächsten Punkt ist, dann ist es wichtig zu wissen, dass Kinder nur etwas tun, was für sie sinnvoll ist. Also, wenn ein Kind sich zum Beispiel außerhalb der Gruppe für sich beschäftigt und gar nicht so interessiert war, für ein Gruppenthema, dann hat das für das Kind meist einen Sinn und es ist ganz wichtig, den mit ihm herauszufinden. Da hätten wir jetzt auch viele Beispiele, aber wir haben uns mit dem Teil anders entschieden. Wichtig ist immer zu gucken, was ist der Sinn für das Kind, um es zu verstehen und um ihm den Weg zu wahren, auch vielleicht neue Schritte zu gehen. Ja, dann können Kinder auch reflektieren über das, was sie denken. Dazu werden wir in der Auswertungsrunde einige Beispiele haben, auch in Fünften. die Frau Bittlitz vorstellt. Ja, und letztlich ist noch mal eine Frage der Perspektive. Kinder lernen die Welt kennen, natürlich mit einer noch jüngeren Biografie und das ist eigentlich schon der einzige Unterschied. Sie tun es deshalb nämlich nicht einfach, weil sie defizitäre Wesen wären, sondern einfach, weil sie die jüngere Generation sind, die zeitgleich mit uns unterwegs ist und das ist ihnen natürlich in ihrem Beruf nichts Neues, die unseren Respekt dafür verdient, wie sie auf die Welt zu gehen und von uns einfach anzusprechen ist, als die, für die wir mehr Verantwortung und Fürsorge haben, die aber natürlich sonst menschlich gesehen die gleichen Rechte. und die Powerbettlitz haben auch eingestellt, wenn sie diese Farben und sehen können, dann geht es eben darum, es gibt individuelle Dimensionen bei dieser Welteineignung, die Selbstbildung zum Beispiel, das Interesse der Kinder, es gibt soziale Dimensionen, das ist die Verständnis, es gibt Dimensionen der Perspektive auf Kinder, die Kinder zu dem machen, was wir in ihnen sehen, das haben wir einfach einen großen Anteil und es gibt die situationalen Dimensionen, dass ein Kind auswählt, was sein Interesse ist und danach anhört. Das ist jetzt wirklich ein kleiner Rundumschmerz, Es geht um viel dazu zu sagen, aber wir wollen heute nicht nur im Vertragsformat arbeiten, sondern sie auch in eigenen Arbeitsschiffen, deswegen zeige ich Ihnen jetzt nur, dass Sie in diesen Folien nochmal Erläuterungen dazu haben, die noch blätter ich jetzt. Und ich fasse noch zwei Dinge zusammen. In der Weltanreignung geht es immer darum, dass Kinder eigenaktiv sind und dass sie auf Erwachsene und ihre Aktionen, ihre Aktivitäten und auch das, was sie vorbereitet an der Umgebung angewiesen sind. In dieser Dynamik arbeiten wir, also arbeiten natürlich auch Eltern in der Erziehung und arbeiten wir in Bildungskontexten auch im Hinblick auf die Konstruktionspolitik, von Kontexten, in denen man sich mit den Dingen der Welt auseinandersetzt. Und es ist so, dass in der Eigenaktivität es einmal kognitive und metakognitive Dimensionen gibt, dass es einmal die selektive Wahrnehmung ist die, was ich weiß und kenne, Bäume oder eine Allee, ja, ein Punkt ist ein Kreis oder nicht. Es gibt die Vernetzung mit vorhandenen Wissensbeständen und Strukturen, das ist eben auch die Allee, da weiß ich schon, dass es die gibt. Ich weiß schon, dass die Kugel kein Kreis ist, also muss ich den flack machen. Und es gibt die Hypothesenbildungen, also in der Ja, wie es uns jetzt sind Menschen von Menschen oder natürlich. Ich greife mal zurück auf das Kriterium, dessen, was für mich natürlich ist, aus der Erde wachsen. Das tun Menschen nicht, also müssen die von Menschen. Bei der Eigenaktivität des Kindes gibt es aber auch die sozialen Dimensionen. Das habe ich jetzt hier hergestellt. Kinder brauchen Sicherheit, um sich auf Neues einzulassen. Die Sicherheit ist vom Bedürfnis her unterschiedlich ausgeprägt und sie haben gleichzeitig ein Wachstum des Bedürfnisses. Wenn es zu sicher, zu kuschelig, zu vertraut, zu routiniert ist, dann haben die Menschen das Bestrebnis etwas Neues her. Das bringt uns auch immer weiter auf die Welt zu. Wir haben in Gruppen natürlich ganz unterschiedliche Ausbringungen für diese Kontinuungen. Und dann gibt es Kinder, so äußert sich das dann, die sind in Gruppen und bei Themen sehr initiativ, die gehen auf die Dinge zu, die schlagen was vor, die anderen gehen eher mit, schließen sich an. Ja, genau so eine Dimension, dass sie die anderen nicht nur sind, das müssen wir auch mal sehen. Und es gibt Kinder, die bevorzugen, es zumindest über weite Strecken auch für sich zu arbeiten. Und es ist sehr wichtig, das zunächst mal zu sehen und nicht zu beurteilen und zu meinen, ein vielleicht schüchternes Kind, das für sich arbeitet, dem geht es schlecht oder das ist von vornherein traurig. Das ist möglich, das ist aber nicht der erste Gedanke, den man da zu verarbeiten soll. So, und neben diesen Eigenaktivitäten gibt es das Anwesen. Das ist jetzt der letzte Punkt und um das geht es dann gleich auch in der Woche. Wenn Weltanreignung angeboten werden soll, dann brauchen Kinder Kontexte, die mit unserem besten pädagogischen und didaktischen Wissen konstruiert sind. Und diese Konstruktionen, die haben verschiedene Merkmale. Das braucht man nicht. Die brauchen erstens Kenntnis der Sache. Worum kann es eigentlich gehen? Was ist das Potenzial? Die brauchen Kenntnis von Entwicklungsverläufen, um zu wissen, ob Kinder sich im Risiko behafteten Verzögerungen befinden oder schon weit drüber hinaus sind. Das ist ihnen wirklich nicht neulich. Und was wir postulieren, für die Schule eher postulieren, als dass es schon, denke ich, genügend umgesetzt wäre. Kinder sollten die Komplexität der Welt möglichst angeboten bekommen. auch, wenn es um bestimmte Lerninhalte geht. Denn wir agieren immer lebenswertig zumindest mit der Komplexität. Wir sind in der Sprachumgebung langsprechend. Wir bewegen uns in der Umgebung, in der wir alles, was futurisch möglich ist, investieren. Sie nehmen Wiese, zunächst das Wiese war, bevor Sie sehen, dass da vielleicht 12.400 Gänseknümpchen wachsen und Millionen einzelne Graßhalte. Das wissen Sie schon mal gar nicht vom ersten Weg. Also erst mal kommt die Wiese und wo kommt das Detail? Schule leidet häufig darunter, dass sie nur das Detail angeht sind und die Komplexität vergisst. Und wir stellen Ihnen jetzt zwei Beispiele vor, von denen wir meinen, dass die Komplexität in einer ganz guten und sinnvollen Weise angeboten wurde mit Strukturierungsimpösen, die geholfen haben, diese Komplexität dann gut enthält. Das war die Aufgabenstellung für die Studierende. Also es ging darum, wir kamen die Komplexität der Richtigkeit auf unseren Schampus, die Hände vielleicht das Schloss, ja, und den Faden und so weiter erhalten und welche Werkzeuge werden den Kindern zur Verfügung gestellt. Das können materielle Werkzeuge sein, aber auch geistige, können auch Fragen sein, sodass sie einen Fokus hatten und die eben mehr oder weniger bekannt für uns weltneu zu strukturieren und dass sie auch provoziert wurden, etwas selektiv in den Blick zu nehmen und sozusagen von allen Dingen, das Ihnen auffiel, zunächst zu finden. Wir bieten Ihnen jetzt an, ja, rechts ist rot, wie es grün, falls es irgendwie sieht, dass Sie sich in zwei Gruppen aufteilen. Wir haben einmal die Expedition im Angebot und der Geo-Verfahrt ist hier. Und die Fotoforschung ist bei Frau Keteritz und wir haben vorgesehen, dass Sie jetzt so eine Dreiviertelstunde sich in den Größenordnungen verteilen. Die Studenten haben schon ihre roten Karten, wir bitten dann die aus dem Elementarbereich und zwar einmal gibt es fünf aus derselben Kita und einmal drei aus derselben Kita. Das heißt, die drei oder fünf sind hier, glaube ich, selbst am Ende. Sie werden sich einfallen, Frau Grün und Husten, wir schlagen vor, dass Sie sich aufteilen, sodass wir wirklich multiprofessionell gewischt sind. Sie werden sich in riesen der Untertitelung von der auf der die die des Vielen Dank. Eine Minute, eine Vorlauf für die Gruppe, weil Frau Kinkritz war. Es ist mir leider passiert, ich entschuldige mich nochmals, dass ich mich rechtzeitig gefragt habe nach Ihrer Genehmigung für das Filmen. Hier im Zenon, da sind wir drauf und so von hinten, sofern Sie sich nicht äußern, was entscheidend ist Sie dann, aber bei den kleinen Gruppen nicht. Es tut mir leid, aber es ist so, wir werden eh viele Filme reduzieren und löschen müssen, weil da Kinder draufgekommen sind, das ist ja klar das Leben. Ich gebe Ihnen jetzt noch so ein Einverständniserklärung und bitte Sie entweder zu unterschreiben, wenn Sie einverstanden sind, dass wir die Aufnahmen nutzen dürfen für den Vortragsverpacken. Und die zweite Unterschrift ist, wenn Sie einverstanden wären, dass es zusammen mit dem Vortrag ins Netz kommt, dann würden wir die Gesichter umgänglich machen. Und wenn Sie nicht aufgenommen werden und gezeigt werden wollen, dann bitte ich Sie, dass Sie mich lange ansprechen, damit ich Ihr Gesicht kenne, weil vom Namen her, wenn Sie auch nur grüßtig sind. Damit wir wirklich auch etwas respektieren und die Dinge dann selbstverständlich löschen. Ich gebe Ihnen darum, manche haben schon die anderen mit Ihnen. Ja, bitte schön. Ja, genau. Wir haben uns ja gerade in zwei Gruppen geteilt und genauso präsentieren wir jetzt nochmal sowohl die Arbeit der Studierenden als auch auf dem Campus. Und ich möchte damit auch nochmal die Brücke schlagen zum Eingangsvortrag oder Input, um Ihnen einfach nochmal den Blick zu weiten, was denn da eigentlich alles drinsteckt in so einer Aufgabe. Ja, so zogen eine Kindertagesstätte und eine Funktion, beziehungsweise eine ehrechte Klasse zu uns auf dem Campus, wurden in verschiedene Gruppen, Fotoforschergruppen aufgeteilt, ausgestattet, wie auch unsere Gruppe mit einer Kamera. Und mit der Frage, was ist Natur und was ist eigentlich Natur? Ja, der Campus als komplexe Umgebung mit seinem Schloss, mit der Allee, mit dem Springbund wurde somit zumindest am Anfang schon mal durch diese Frage erstmals strukturiert. Und Sie können sich vorstellen, so ging es eben auch den anderen, es war nicht schwer etwas zu finden, was als Antwort auf diese Frage dienen kann. Also die mentale Aktivierung wurde da gleich in Gang gesetzt. Die Kamera war aber auch schon ein erstes Instrument, was der Strukturierung diente, insofern, dass es die Rezeption schon ein bisschen einengte, weil jedes Kind in der Gruppe nur eine bestimmte Anzahl von Fotos machen durfte. Es war zwar eine Digitalkamera, aber da war es begrenzt und somit musste auch in der Gruppe entschieden werden, wollen wir das jetzt fotografieren oder nicht. Ist es uns das Fokus sozusagen wert, was wir hier haben? Begleitet durch einen Studierenden oder einen Studierenden zogen die Kinder über den Campus und fing an zu entdecken, zu zeigen, der Springenbund und die Bäume und die Alleen und der Weg und die Steine und wurden zunehmend aufmerksamer und gerichteter. Da sehen Sie auch nochmal die Schilder der Fotoforschergruppe, also das waren so kleine Gruppen von ungefähr sechs, sieben Kindern, die an Studierenden. Diese Szene wurde eben schon geschildert, auch was darauf nach einigen Grümeln geantwortet hat. Und es zeigt einfach nochmal, ja, dass Weltaneignung auf Basis von Vorwissen geschieht und dass das Kind immer, wenn es solche Theorien bildet, an das anknüpft, was es schon bereits weiß. Und es weiß, dass Dinge aus der Natur, Bäume oder andere Pflanzen aus der Erde wachsen. Und das ist auch hier durch diese leitende Frage zu einer ersten Systematisierung, was ist Natur, was ist typisch für mich für Natur, was macht das aus, angeregt wurde. Genau. Die Kinder erlicken ein weiteres Werkzeug, wenn ich das mal an die Hand, denn Lernen geschieht in solchen komplexen Zusammenhängen, wie dem Campus zum Beispiel, aber am besten mit verschiedenen Werkzeugen, die der Rezeption oder Produktion dienen. Das heißt, wir als Pädagogen sind gefordert, wenn wir solche offenen Aufgabenkontexte gestalten und uns als Pädagogen mehr in der Rolle eines Moderators oder eines Begleiters von den Lernen befinden, dass wir dann alle unsere Kraft und Energie sozusagen oder alle unsere Expertise daran reinstecken, die Lernlandschaften, das mal vorzubereiten. Und so sehen Sie hier bei der Karte, dass sie zunächst aufgebaut ist, dass wesentlich markante Gebäude, die Stadthalle, das Schloss, das Mensagebäude oder auch die Allee abgebildet sind. Allerdings ist die Karte gleichzeitig auch aus einer Vogelperspektive gestaltet, sodass hier auch unterschiedliche Entwicklungsniveaus von den Kindern angesprochen werden und auch sozusagen gefördert wird, solche Karten lesen zu lernen. Die Kinder haben mit Kreuzen markiert, wo sie ihre Gruppenfotos aufgenommen haben und wurden dadurch immer wieder auch gefordert, diese Karte sinnvoll zu benutzen, nämlich sich wieder erneut zu verorten, wo befinden wir uns eigentlich und wo kann ich so ein Kreuz machen. Da wurde also sich gedreht, umgeschaut, diskutiert und gemeinsam in der Gruppe abgesprochen. Diese Karte erhält also die Komplexität des Campus, schränkt sie nicht ein, gibt sie nicht vor, aber gibt gewissermaßen gleichzeitig Struktur und bewahrt aber dabei, dass das lernende Kind sich selbsttätig damit auseinandersetzt. Es war selber gefordert, das hier auszufüllen. Ja, durch diese leitende Frage, die den ganzen Vormittag präsent blieb in der Gruppe und ja auch ein gewisses Reibungspotenzial immer mehr und mehr aufbietet, denn bei einigen Dingen konnte man sich doch nicht so einigen, ob das jetzt Natur oder Mensch ist, blieb eine gewisse Offenheit vorhanden, die Kinder konnten verschiedene Lösungsansätze finden und hatten auch verschiedene Herausforderungen, also nicht nur etwas zu finden, was von der Natur oder von den Menschen ist, sondern sich zum Beispiel auch gleichzeitig mit der Karte zu orientieren, mit der Kamera umzugehen, mit anderen auseinanderzusetzen, eigene Meinung zu vertreten und so weiter. Die Kinder konnten regelrecht in der Sache aufgehen, denn sie hatten hier ein sinnvolles Tun, also es hatte für sie in dem Zusammenhang einen Zweck, warum sie das jetzt hier tun, warum sie zum Beispiel mit der Karte umgehen sollen. Das ist eine Szene. Lass mal nur die erste Sprechung machen. Mach sie wieder zurück. Genau, ich mach sie wieder zurück. Die Studentin sagt, ich schlage vor, dass wir jetzt genau links herum gehen. Dort geht es zum Schloss und hier zeigt sich für mich so ein Gleichgewicht aus Angewiesensein und Eigenaktivität der Kinder. Das Kind hat eine gewisse Sicherheit, um neue Entdeckungen zu wagen und wagt hier auch, indem es sogar vorschlägt der Studentin, nämlich einen anderen Weg zu wählen, auf neue Wege zu kommen. Und das, was in der Literatur oder in der Wissenschaft als Wachstumssicherheitskontinuum bezeichnet wird, meint eigentlich genau das, dass Kinder so ein Umfeld haben, dass sie sich daran wagen können, auch eigene Aufgaben zu wählen. Wie du das auch schon sagst, welche sind da etwas schneller und welche sind etwas unsicherer, ein bisschen schüchterer. Aber hier zeigt sich, dass die Karte dem Kind schon so eine Sicherheit gab, dass sie sich so weit orientieren konnte und dort schon auf der nächsten Stufe sozusagen sich so weit orientieren konnte, dass sie eigene Wege, einen eigenen Weg gehen wollte, um auch zu überprüfen, ob ihre Annahme, dass sie sich jetzt auf der Karte so orientiert hat und der andere Weg auch zum Ziel führen müsste, ob das auch steht. Ja, also neben der philosophischen Aufgabe, sich mit Natur und Mensch auseinanderzusetzen, ging es auch um eine Orientierung. Ein weiteres Werkzeug zur Strukturierung war dann diese große Bodenkarte, die simultan zu der kleinen Handkarte war, die die Kinder hatten. Und auch hier waren Fotos später aufgeklebt worden mit dem Schloss und mit der Stadthalle und so weiter. Und die Kinder wurden eingeladen, die Fotos, die zwischendurch schnell entwickelt wurden, aufzukleben. So wurden die Kinder quasi in kleinen Schritten provoziert, sich immer wieder mit dieser Frage auseinanderzusetzen und gleichzeitig auch hier noch mehr in der Gruppe auszutauschen. Einige Kinder malten dann auch noch dazu, was sie sonst gesehen hatten und nicht fotografieren konnten. Das war der Hund, der ja eigentlich vom Wolf abstand, oder die schwangere Frau, wo auch noch manchmal eine heikene Frage auskam. Hier sehen Sie den Traktor, die Gülle auf die Blumenfelder im Schlossgarten spitz. So wurden die Kinder ihr angeregt, ihre individuellen Wahrnehmungen, die sie gemacht haben, zu versprachlichen und somit auch im Austausch mit anderen zu überprüfen. Und das ist das, was vorhin als hochkonstruktiver Prozess verzeichnet wurde, also genau dieser Austausch über die eigenen Konstrukte und damit auch immer wieder die Überprüfung. Und das war auch wirklich eine, ja, eine wirkliche Arbeitsatmosphäre, die dort herrschte. Das war, für Kinder fand ich, sehr leise. Es wurde geklebt, es wurde diskutiert. Und es wurde auch zögerlich manchmal nochmal geschaut auf die Fotos der anderen. Was hat der denn da fotografiert? Was könnte der meinen? Die Steine, die wir hier sehen, das ist so ein bodennaher Springbrunn. Die werden gleich nochmal relevant. Hier sehen Sie noch ein weiteres Beispiel. Der Flügel in der Schlossaube ist aus Holz, also aus der Natur. Ganz klare Hypothese, alles was aus Holz ist, ist von der Natur. Da antwortet ein anderes Kind, die dieser Hypothese nicht zustimmen kann, ja, schon so wie er gebaut ist, haben das Menschen aus dem Holz letztendlich gemacht. Ein weiteres Beispiel, was ich nochmal zeige. Der Wolf ist Natur und der Hund ist vom Menschen gemacht, weil der Mensch hat den Wolf gefangen und gemacht, dass er lieb ist. Also hier war ein Vorwissen vorhanden, das wurde genutzt, um hier diese Hypothese aufzustellen. Und wie gesagt, gute Aufgabenstrukturierung sollten Erkenntnisse kleinschrittig provozieren. So wurden die Kinder in einem Abschlussgespräch dazu gebeten, nochmal mit grün und roten Kärtchen an den Fotos zu markieren, was grün für die Natur oder rot vom Menschen ist. Nun hat die Aufgabe ja einen gewissen Lösungsvielraum und natürlich wurde dadurch auch die Komplexität bewahrt und gleichzeitig lud es natürlich ein, immer wieder zu globalisieren, zu diskutieren und zu überprüfen. So kamen die Kinder ins Philosophieren. Man merkt so richtig, also bei manchen sah man das auch richtig an, dass der Kopf nahezu qualmte. Und ein weiteres Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte, was nochmal zeigt, wie sehr die Kinder auch an das eigene Vorwissen anknüpfen und Umwelt oder Welt so strukturieren, gemäß ihrer eigenen Erwartung. Das zeigt es in einem Video, was wir in dieser Abschlussrunde aufgenommen haben, als die Kinder philosophiert haben. Damals haben wir noch nicht bewusst videografiert. Das heißt, ich hatte meine kleine Digitalkamera zum Glück dabei und habe in dem Moment einfach gefehlt, weil da müssen Sie ein bisschen die Qualität entschuldigen. Ich hoffe, es ist eine Runde. Genau, bevor. Hallo, die Häusen. Warum rufen wir? Warum rufen wir? Warum rufen wir? Wie heißt du denn, Mama? Wie hier? Genau, bevor. Grün ist ja, ich würde sagen, ist gut, also... Ja, vielleicht gut. Ja, mach ruhig weiter. So, wie in den Arm drehen. Und... Ich habe es jetzt auch in den Himmel gesehen. Und muss jetzt nur noch jetzt... Habe ich auch diese da zu sehen. Und ich muss noch Rot auf dem Haus. Auf dem Haus. Okay, dann machen wir das so. Genau. Und dann halt, ich wollte auch noch was sagen. Da ist auch noch... Da muss auch noch... Was hast du eigentlich? Da muss auch... Nein. Ich mag es. Ja. Die haben wir noch unter der Erde weg. Richtig. Und so, wie die sind hier von der Erde da gekommen, haben sich, glaube ich, einfach so gebildet. Nein. Ja, nicht. Weißt du das? Ja. Ja? Die meisten nur haben hier halt Häuser. Deswegen wünsche ich das Wunderschön. Aber gibt es auch noch woanders Steine? In ganz großen Steinen? Also... Es gibt Berge. Und da hacken die die, glaube ich, auch ein bisschen. Und dann formen die das als Stein. Ja, das habe ich besser noch mit am Ort. Nein, genau. Sorry. Also ist der Stein natürlich und menschlich, ne? Aber die sehen doch so aus, die Bäume. Ja. Aber die sind voll menschlich. Sehr gut. Aber die bringen wir da auch so hin, ne? Und die beiden sind nicht da. Und die Bäume noch im Zweifel sind natürlich. Und die sind auch los. Und die Straßen sind auch los. Was meinst du in mir? Ich meine beide. Beide? Ich meine die Sachen. Ne, die Menschen. Was willst du? Was macht das oder was? Nein, noch Menschen. Voll Menschen gemacht. Tschüss. Ich habe auch nicht gelaufen. Das war's cool. Einmal zu. Ich glaube, du hast noch nicht erklärt, warum grün und rot ist mit sich. Doch. Doch. Okay, dann habe ich das. Aber nochmal. Das versteht man sich nicht. Also, erst die Reibung an der Sache. Und dazu wurden die Kinder ja immer wieder durch diese kleinen Schritte provoziert, führte zu einer wirklichen Auseinandersetzung mit der Frage. Und gleichzeitig wird die Komplexität, also die verschiedenen vielen Ansatzpunkte, die die Kinder gewählt haben, gemäß ihrer eigenen Interessen und ihrer eigenen auch Entwicklungsniveaus dementsprechend dort angeklopft, sodass die Kinder ja ihre eigenen Vorerfahrungen einbringen konnten. Die Kinder kamen jetzt auch noch von einer ländlichen Grundschule und Kindertagesstätte, deswegen zum Beispiel der Gündetrag schon natürlich zahlreiche Anschlusspunkte bat, um dort anzuknüpfen. Und gleichzeitig wurden die Kinder immer wieder eingeladen, Hypothesen auch zu versprachlichen und im Austausch mit anderen Kindern zu deuten. Und dennoch wurde die Aufgabe gebart eine gewisse Offenheit und es gab keinen vorgegebenen, entstrukturierten Weg. Das ist dieser Blick, den ich vorhin meinte, als ich sagte, da rauchten richtig die Kopfe. Am Ende gab es dann noch eine kleine Urkunde und auch als Dankeschön zum Timing. Und die Plakate wurden, es wurde letztendlich der Campustag zweimal durchgeführt, sodass in beiden Einrichtungen am Ende auch diese Bodenkarte nochmal hing und auch die Kinder immer wieder diese Frage natürlich mitnahmen und auch noch später darauf zurückgreifen konnten. Gibt es soweit erst mal Fragen auf Ihrer Seite? Die eine Gruppe hat jetzt ja auch im Hinterkopf, wie es Ihnen eben selber ging. Wir kamen auch noch ein paar andere Ideen, was man zu einer Fragensbehandlung sieht. Ich denke, vielleicht können wir das in der Abschlussdiskussion dann nochmal aufgreifen. Ja, vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde gerne noch was ergänzen, weil wir beide ja ausgehenden Überlegungen dazu, wie eine Aufnahme strukturiert ist, dass die Kinder mit ihren Interessen anknüpfen können und ihre Vorerfahrungen und Gefolgen zu neuem Wissen, zu neuer Weltsicht erweitern können. Und diese Karte hat in dieser Mischung aus Analogie, du hast ja die Bilder genannt, der analogen Fotos, die man sehen kann, wenn man sich umlegt und der schon abstrahierten Kartografie, die ja noch für Kinder in dem Alter unterschiedlich schwierig ist, und der Größe, das war die dann viel, das haben Sie gesehen bei den Kindern, den Kindern ermöglicht, dass sie die schwierige Frage der Perspektivübernahme, das kommt halt immer bei der Medimetrie, durch Körperbewegung lösen konnten. Also wer schon ganz abstrakt denken konnte, der hat halt ein Kreuzinger und wer sich holtieren musste, der konnte was auch immer ziehen, das heißt, seinen Körper in ein Verhältnis bringen, sodass er aus seinen Möglichkeiten heraus schon unterkennt man nicht, wo das ist. Und diese Übertragung auf die Bogenkarte, die du ja gezeigt hast, ermöglicht dann nochmal das selber, auf der konnte man nämlich rumlaufen. Das heißt, man hat diese Frage der kognitiven Entwicklung, der Perspektivübernahme, oder hat damit einen Raum gefunden, in dem man mit dem eigenen Entwicklungsstand agieren konnte. Ja, das soll man noch richtig ergänzen, weil sie ja eben Kinder in dem Alter haben, und weil es darum geht, durch die Angebote auch einen Raum zu finden, ohne dass man das als Einzelfrage isoliert und eine Möglichkeit bietet, einen Schritt weiter zu kommen. Das ist ein Angebot für Kindergarten-Grundschulkinder, deswegen habe ich das mit der Karte auch nochmal gesagt, weil die natürlich im Entwicklungsfenster sind, in dem manches kognitiv passiert, was dann auch einen systematischen Unterricht in der Schule möglich macht. Wir haben heute Beispiele ausgesucht, die natürlich auch allein in einem Kindergarten, allein in einer Schule möglich sind, und die auf jedem Gelände, das sie zur Verfügung haben, das zur Institution gehören, vielleicht zum Schulweg, vielleicht, weiß ich, irgendein Besonderes, oder im Dorf oder im Stadtteil, geeignet ist, um mit dieser Frage unterwegs zu sein, um diese Vertrautheit des Geländes zu befremden mit so einer neuen Frage und in die Diskussion zu bringen. Da haben die Kinder auch die Möglichkeit, ihre Lebenswelt neu in den Weg zu nehmen. Also das nur mal so als Blende dazu, was sie vielleicht auch mitmachen wollen. Ja, jetzt geht es zur Dinoser-Phase. Vielen Dank. Vielen Dank. Also die Frage mit Rechteck 3, das Gelände zu erkunden, ist ein Beispiel dafür, wie man eine selektive Wahrnehmung provoziert, weil die Kinder nämlich dann den Fokus darauf richten, wo entdecke ich eine Form, die so aussieht. Das wäre sozusagen das Thema, auf das wir eingehen, diesen Punkt habe ich ja schon gelassen. Das heißt, Kinder entdecken Dinge, die sozusagen im Sonderbereich sind, die haben, habe ich schon gesagt, wir haben uns dazu eingeladen, die Dinge auch fachlich zu klären. Das ist uns wichtig bei unseren Angeboten, dass es nicht nur darum geht, dass Kinder möglichst mit ihrem Vorlissen unterwegs sind und fachlich nicht überfordert werden, sondern dass wir die Sache sehr ernst nehmen und der Klärung der Sache auf der Spur bleiben. In dem Fall haben wir dann rausgekommen, was ich zumindest wusste, ist nicht, ein Punkt ist kein Kreis mathematisch, weil ein Punkt mathematisch keinen Radius hat. Nur das Problem ist, das ist eine theoretische Definition. Jedweder Punkt, der existiert, zum Beispiel mit Kreide oder mit dem spitzen Bleistift, ist ja eine Materialisierung. Das heißt, es ist, wenn man eine Messgeräte hat, immer wirklich da einen kleinen Radius ausfindig zu machen. Insofern hat das Kind recht gehabt und gibt es dazu einfach mathematisch noch mehr zu sagen. Das haben wir nicht zurückgespielt, weil wir die Kinder auch nicht mehr gesehen haben. Aber wäre ja, wenn wir die Kinder haben, das ist ja mal spannend. Also mal den kleinen Punkt herstellen oder so, wäre ja zum Beispiel vielleicht ein Thema. Und dann dieser Frage auf die Spur kommt, wie klein kann man eigentlich was machen, dass man es noch sieht, mit welchem Material. Das sind ja alles Dinge, die man dann weiterentdecken und erforschen kann. Ja, Sie sehen hier, wie die Kinder gesehen, gesucht und entdeckt haben, da oben die Lampe ist gemeint. Ich weiß nicht, wie es Ihnen eben ging, bei der Fotografie, wie Sie es gemacht haben und wie die Schaflone eben so ernsthaft und genau so daneben, wenn es geht. Daneben, ja. Drüber oder deckungsgleich oder kleiner, haben Sie so was gemacht oder einfach daneben? Einerseits haben Sie es daneben gehabt, je nachdem, was es dann auch gerade war. Also wenn ich jetzt die Sinnfläche nenne, hätten Sie es daneben gehalten und fotografiert? Okay, okay. Die Kinder haben, das kann man ganz unterschiedlich machen. Das ist ja auch wieder eine Frage, also wie man das versprachlicht, unser Hund mit Kindern. Diese Kinder haben durch die Schaflone hindurch diese Lampe fotografiert und manchmal ist die Schaflone größer, manchmal kleiner. Die haben also versucht, das über den Gegenstand zurückzubringen. Darin liegt aber schon ein Stück Begriffsbildung. Ein Kreis ist ein Kreis, hat halt keine Ecken, wenn ich mal ein Gegenstand aufnehme. Egal, wie groß oder klein er ist. Das ist schon eine erste Abstraktion. Und wenn man Kinder beobachtet, kann man da vielleicht auch merken, ob sie darüber schon verfügen oder ob sie versuchen, das in den Deckungsgleichheit zu bringen, um zu sagen, und alles ist im Kreis. Und selbst wenn sie das tun, leisten sie ja von der Wahrnehmung und von der perspektivischen Arbeit, das in die Deckungsgleichheit zu bringen, auch bei Ihnen. Manchmal war der Erwachsener auch nötig, damit die Fotokollektion und Stimmung kommt. Auch das spannend. Das mit den Fotoapparaten ist übrigens bei uns kein Problem mit den Kindern. So, die wir beherrschen, die diese Geräte haben. Und man hat wunderbar und schnell Dokumentationen, mit denen man schnell über Ausdruck weiterarbeiten kann. Das ist also wirklich auch ein Vorteil, der mir den vertraut wird. Ja, LKW-Reifen, irgendwie hat das drüber gehalten. Das sieht man ja auch, da sind mehrere Kreise, wenn man so hinkriegt. Dann gab es einen Punkt, ja, die Studierenden haben in der Vorbereitung Angebote, sich mit den Frauen vertraut zu machen, über Knäfen, das kam schon mit den Weißen, über Wahlen, das kam mit dem Kreidekontro, und darüber, dass sie als Gruppe so eine Form bilden. Also stellt man einen Preis, stellt man einen Rechnung. Das hat natürlich echte, schwierig Echtzahlen. Der Kreis gegen noch, das ist so eine vertraute Form, man kann sich ja relativ leicht auseinanderbewegen. Bevor es eine Ellipse ist, sieht man das dann vielleicht schon. Aber beim Rechteck und beim Dreieck gab es Gespräche und einfach sachliche Schwierigkeiten. Ja gut, da kann ja was passieren. Was ist die sachliche Schwierigkeit? Die Kinder müssen eine Vorbereitung und Perspektive einnehmen können. Zum Beispiel, um zu realisieren, sehen wir jetzt von oben so aus. Sie müssen in dieser, ja nicht so gerade klaren Kontur, die Menschen halt sind, wenn sie die Hand nehmen, ausmachen, wo in dieser jetzt eine Ecke. Da kommt man ja auch in die Frage, was ist denn eine Ecke, wie scharf muss man es vielleicht um die Ecken gehen, was das eine ist. Da sehen Sie schon was auf dem Boden, was ich auch in dem Papier, was Sie da mitkriegen, angelegt habe, dass man mit Küchern oder mit Seilen arbeitet, die die Kinderärzte und sich hin in der Form nehmen und vielleicht dann auch in die Hand nehmen, sodass man diesen einen Schritt hat. Und ich habe es vor mir, nehme es in die Hand und kann dann besser lernen funktionieren, wie die Strukturelemente sein müssen, um von dort zu einer Größen und Auffassung zu treffen. Sie wissen noch tausende andere Möglichkeiten, eine Leiter geschaffen, ein Kind ist Beobachter und für Regie auch möglich, von oben fotografiert, um es den Kindern zu zeigen und vielleicht anhand von Fotos zu besprechen, wo man noch was machen müsste. Auch da, wenn es noch kein Rechteck ist, ist jedes Gespräch, darüber wie es zu produzieren wäre, eine Annäherung an das Thema. Also da hat man gemerkt, dass die Studierenden da noch vom Entwicklungsstand zu hoch gedacht hatten, dass die Kinder das leicht hinzukommen. Ja, wir haben eben in der Rückmeldgruppe der Geometrie-Expedition das Thema gehabt, da ist ein Quadrat, ist ein Quadrat ein Rechteck, ist ein Rechteck ein Quadrat, was ist ein Oberbegriff, was ist ein Unterbegriff, sind zwei verschiedene Dinge. Da haben Sie einen Problempunkt bei diesem Angebot, denn diese Schablonen sind jeweils eine konkrete Realisierung einer Flächenform, in der Größe und in den Winkelverhältnissen, die sie vorliegen. Aber mathematisch sind natürlich rechteckige vielfältige andere Realisationen möglich. Das Kriterium, dass es vier rechte Winkel sind und die gegenüberliegenden Seiten gleich lang sein müssen, das kann man so ja nicht epilatorisch erklären, darum geht es eben gerade auch nicht. Aber beim Angebot, das zu entdecken, ist es wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Und wenn man jetzt in der Einrichtung mal mitarbeitet, kann man ja, ein leichtes Tun, mehrere Schablonen verschiedener Rechteckrealisationen anziehen. Und ein Quadrat ist in der Tat ein Rechteck, ist eine Sonderform eines Rechtecks. Was Sie nicht machen dürfen, das wäre dann ein Problem, ein Quadrat als Rechteck angeben und das Rechteck nicht mehr thematisieren, weil dann gibt es, kann es zu vermerken, in der Begriffsbildung kommt. Beim Dreieck ist es genauso, wir haben hinten ein gleichschenkiges, also wenn Sie das Dach gleich ist sozusagen, und die Hypotenuse dann unterhalb drunter liegt. Es gibt aber Dreiecke in ganz verschiedenen Winkelverhältnissen. Das müsste man und könnte man berücksichtigen und man muss sich dessen bewusst sein, dass man nicht sagt, das ist ein Dreieck. Buredreieck. So, Sie sehen hier, die Kinder haben das meditiert. Und diese Bilder geben eben wunderbare Gesprächsanlässe. Untereinander mit Eltern, das haben die jetzt auch gemacht, in den Einrichtungen. Nun sind ästhetisch, bitte. Nun sind ästhetisch, dann war es sehr anspruchsvoll. Kann man auch mal ein Kunstprojekt nutzen, wenn man das so gut fühlt. So eins. Ja, und dann haben die Studierenden angeboten, dass die Kinder ihre ausgedrückten Fotos kategorisieren, alle Dreiecke, das ist ja noch mal eine Anwendung dieser Begriffsvorstellung, und haben dann solche Pappkartons auch im gleichen Format angeboten, um sie in die Einrichtung zu nehmen und zu dokumentieren. Das wäre ja bei Ihnen dann alles anders, wenn Sie es sozusagen vor Ort machen. Da ist auch noch mal so was. Das ist ganz schön. Da ist ja der Kreis auch erkannt, in dem man so mentale Linien zieht. Das hatten wir eben, da komme ich jetzt noch zu. Ja, da sehen Sie das. Ganz vielfältig. Oh, Merkel kommt auch hoch. Dann, Mirja hat es ja auch schon angesprochen, bei einem Märchen, dieser Aspekt, dass es nicht nur kochentische Lernzertäste geht, sondern auch nur soziale Emotionen. Wir hatten eine wunderbare Situation, es wird einem ja geschenkt, wenn man da gerade dabei ist, um nochmal so die eigene Beobachtung zu schärfen für das, was Kinder produktiv tun, um sich und ihre Erkenntnis zu retten. So habe ich das ja genannt. Also, es lag da einen Tag stehen und dieser Junge hatte eben ein Dreieck entdeckt, und zwar da oben. Da sehen Sie, das ist das, was ich eben in der Teilgruppe meinte. Das ist ein Dreieck, das er mental vollkommen konstruiert hat, weil hier ist ja diese Hypotenum, in dem ist ja gar nicht zu sehen, warum ich nicht habe. Das ist ja, wie wenn wir hier drin jetzt sagen, such mal Dreiecke, die man nicht so einfach sieht. Ja, also eine Diagonale durchs Fenster. Kennen Kinder umgekehrt, wenn sie sowas zusammenschieben, wie Tampum und andere entstehen. Also, das hat er entdeckt und jetzt war die Kamera kaputt. Rotimiert sie gerade nicht. Also stand er da, wartete geduldig, da spielten andere Kinder in Schnee von der Gruppe. Das hat eine, brauche ich Ihnen nicht erzählen, eine große Aufforderungscharakter. Und dann sah ich plötzlich, ähm, das? Revierverteilung, da war das Spiel, bis die Kamera wieder funktioniert, sie kamen wieder zurück und dann konnte das Foto machen. Das hat mich noch mal so drauf hingewiesen, was dieser Junge da gesagt hat. Es gibt ja Kinder, die machen das nicht, was man da auch thematisieren kann. Zum Beispiel so einen Jungen das erzählen lassen. Da kommt vielleicht ein Kind, was der Heulen zusammenbrechen würde oder einen Gutanteil bekommen, weil er das Bild jetzt nicht umgekehrt hat. Vielleicht eine Anregung, wie man das auch machen kann, ohne dass man das als Erwachsener irgendwie nahelegt, sondern man würde es durch die Geschichte erzählt bekommen. Ja, ich fand ein wunderbares Thema, die sozusagen wie sicher der Junge war, wie er auch seine Sachen nicht aufgab, und das Bedürfnis zu spielen, auch noch damit verbinden konnte. Ja, da ist die. Ach ja, stimmt. Gut. Ja, haben Sie noch Fragen zu dieser Geometrie-Expedition? Gut, dann deute ich Ihnen einfach an, dass Sie nachher hier vorne von diesem Stapel je eines mitnehmen können. Da liegen die beiden Angebote Fotoforschung, Filosafari, als ja, Kurzform, sodass Sie sehen, welches Material, was die Angebotsschritte waren, um vielleicht die Idee zu entwickeln, was Sie damit in Ihren Einrichtungen, in Ihren Kontexten machen, möchten und können. Ich freue mich übrigens über Rückmeldung, falls Sie weitere Ideen haben, die wir hier auch verbreiten sollen, das machen wir alle. Sie finden das Themenheft, das Grüne von Nifte, da ist die Geometrie-Expedition auch ausführlicher noch mal eingebettet, in das pädagogische Konzept, und als Kopie in Manuskriptform ein Artikel über die Fotoforschung, der ist noch nicht veröffentlicht, deswegen verwenden Sie ihn für sich bitte und für niemanden anders, einfach um den Recht des Herausgebers genügend zu tun. Da können Sie auch noch mal die Einbettung lesen und den genauer anbieten müssen, wenn Sie möchten. Und ich würde gerne noch ein paar abschließende Gedanken sagen zu der Frage, wo unser Angebot herkommt und was es Studierende beschäftigt hat in den Evaluationen, weil das möglicherweise Fragen sind, die Ihnen auch in ihren Kooperationen schon wichtig waren. Also zum Beispiel ist für die Studierenden bei solchen eher offenen Angeboten oft schon die Frage gewesen, wann will ich wissen, welcher Kind aus welcher Institution stammt. Meistens wollen Sie es recht früh, das versuchen wir natürlich hinauszukühren, und zwar um zu verhindern, dass so Voreinstellungen, was Kinder können oder noch nicht, sich als Wahrnehmungsfolie vor das schiebt, was die Kinder zeigen. Und man merkt immer, wie tief es sitzt, weil es ist oft schon passiert, wir arbeiten ja ein ganzes Semester dazu, und wenn der Tag ist, hören ja auch ganz zu Anfang, wer ist denn aus dem Kindergarten? Auszwischen wäre es nicht so eingegleitert. Wo ich dann merke, da ist einfach immer noch so viel zu tun. Einfach mal, um sich selbst zu disziplinieren und den Blick zu öffnen. Es ist ja klar, dass in der Realität Sie das wissen. Es geht darum, dass man den Kopf wie Schrank mit einbaut. Dann ist eine zweite Frage, die man jetzt hat, was geht denn jetzt nicht mehr? Wie weiß ich das? Vielleicht kennen Sie solche Diskussionen, einfach durch das, was sich in den Schuhen ist und umgekehrt. Es ist eine ganz spannende Frage, das Können von Kindern zu entdecken, dass es immer schon respektiv mit den Kindern bewusst gemacht wird. Oder in einem Abfragen endet, die das natürlich jetzt eine ganz kompetenzierung wird. Deshalb haben wir eben auch hier diese Analyse, um die Welt uns so zu zeigen, was wir versuchen zu sehen in diesen Situationen und was wir dann auch mit Studierenden diskutieren. Und was möglicherweise auch ein Thema für Kooperationen zwischen Einrichtungen ist. Wie kann ich das Können eines Kindes registrieren, achten und natürlich auch zurückspielen, ohne dass es nur über den Abfragen oder eine Prüfung festgestellt wird. Für so ein Kindergarten nicht die Frage, aber wenn es um einen Schuhen geht, ja natürlich schon, was kann das Kind denn? Und wie kann ich es ihm zeigen? Ja, und im Hinblick auf dieses Lernwerkstatt-orientierte Arbeiten beschäftigt uns schon immer die Frage, inwiefern gelingt es denn, einen Impuls zu setzen, der die Kinder die Welt, die sie kennen, neu strukturieren lässt. Und das ist was anderes, wie wenn ich strukturiert neue Erkenntnisse vermittle und sage, das ist ein Baum, der die so angepflanzt sind, ist eine Allee, ne? Wiederhole das mal, ich gehe jetzt ein bisschen zu spüren. Darum ging es, Neustrukturierung für die Kinder ermöglichen, in den Dialogen, da gibt es ja noch viele, die Frau Bittels-Rundschöne, wird das bedeuten, wie Sie das wissen. Übrigens hört man ganz oft die Sendung mit der Maus, im Wortlaut, ja. Gut, das lasse ich mal weg. Ja, das ist aus einer studentischen Arbeit, Frau Böckl ist bei der Frau Franzi, ihr hattet in ihrer Reflexion mal so zusammengefasst, wie ich immer, schön formuliert, das bleibt eine Herausforderung. Und ich betone noch mal, es geht uns um die Gleichzeitigkeit der Offenheit und der Aufrechterhaltung des Sachanspruchs, und zwar mit allem Interesse und aller Lust an der Sache. Und das wäre sozusagen jetzt der Schluss. Was heißt denn das für Ausfahrt, Weiterbildung oder ihre eigenen, unter unser aller Köpfe im Sinn, welche Bilder haben wir in den Köpfen, weil wir Kinder in Arbeit. Erstmal sind wir selber wichtig, in diesem Kontext hinweg. Nicht nur, indem wir die Strukturierung der Anrufe und der Aufgaben folgen, sondern auch, wie wir uns zum Beispiel mit Fragen beteiligen, bei dem Punkt, oder sind die Menschen jetzt Natur oder Licht. Kinder können das ja annehmen oder nicht. Das sage ich deshalb, weil sonst, du hast gesagt, als Moderator oder Lernbegleiter, viele damit verbinden, dann habe ich nichts mehr zu tun. Ja, ich habe es ja wohl, sinnvoll vorzubereiten, aber auch zu beobachten. Aber mal ganz viel zu beobachten. Und das zumindest im Team zu diskutieren und eben auch Kinder zurückzuschieben, dann, wir brauchen eben Lust auf die Dinge der Welt. Sonst kann man die Lust der Kinder an den vielen Neuentdeckungen, die sie aufgrund ihres jungen Lebensalters machen, gar nicht teilen müssen, aber wichtig. Deshalb finde ich es immer noch so spannend, mit diesem Thema beruflich zu arbeiten, wenn ich jetzt sage, Null-Eck, dann öffnet das einfach wieder auch das Bewusstsein für etwas, was uns natürlich Gott sei Dank vertraut ist. Und gleichzeitig hält es, wenn man so will, frisch. 65 steht da übrigens nur, weil das mein Passionsalter war oder ist nicht, weil ich meine, das ist eine Auffassung. Beziehe das auch die Berufslaufzeit. Ja, natürlich, Dinge, die falsch sind, einbinden als Leistung der Kinder und darin entdecken, was ihre Leistung ist, um natürlich in der Sache weiter auf der Spur zu bleiben. Das habe ich am Anfang schon mal gesagt. In dem Sinn sind Kinder einfach gesprechbar, weil die mit anderen Erkenntnissniveaus noch unterwegs sind. Mit aller Wertigkeit. Das ist, glaube ich, auch deutlich geworden. Man muss ganz viel diagnostizieren können, beobachten können, um zu sehen, was sie tun, und dann weitere Angebote zu scheiden und auch, um zu würdigen, was sie tun und letztlich, ja, in eine reflexive Distanz zu dem kommen, was man selber denkt und sieht und vielleicht eine Bewertung im Kopf hat, um möglichst offen das Wachstum, was die Kinder tun. Ja, wir haben die Kirche im Hintergrund, das ist gut, das lasse ich mal. Das Schlusswort hat Emiliana, die zum dritten Mal, die hat aber gemeint, das wird so mal hier beim Kindercampustag war und das zu mir gesagt hat, weil das war freiwillig damals, dass die Kinder kamen. Was man auch in der ersten Schule ja schon für einen Begriff hat, das ist immer auch ein Spiegel für uns selbst und im Sinne unserer eigenen Wichtigkeit, ja, brauchen Sie dies nach uns. Das bleibt für alle Offenheit. Wir bedanken uns und wenn Sie eine Rückmeldung haben, freuen wir uns und wenn Sie noch eine Bescheidung haben wollen, unterschreiben Sie hier und geben Sie. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, wir sind noch hier. Ja, genau. Wenn Sie auch Anregungen für Themen interessieren, lassen Sie uns wissen, weil wir ja immer pro Silvester versuchen, hier alle Gebote zu schalten. Ich muss ja auch sehr verordnen, wenn Sie dann noch zu schreiben haben, das sind alle Gebote, ja. Und Sie sind eingeladen, sich dann natürlich auch mit den Geboten. Vielen Dank. Vielen Dank.